Du bist selbstständig, du bist Unternehmerin, du bist Unternehmer. Das Ergebnis ist, in den meisten Fällen bist du damit sozialversicherungsbefreit, heißt, du sparst nicht in die gesetzliche Rente. Aber was machst du dann? Das schauen wir uns heute an. Wir steigen mit dem Problem ein. Wenn du dich gründest, also wenn du ein Unternehmen eröffnest, wenn du ein Unternehmen übernimmst, wenn du startest, dann hast du oft am Anfang relativ wenig Geld zur Verfügung. Das führt dazu, dass man das Thema Sparen, Altersversorgung meist nach hinten stellt. Für zwei, drei Jahre, je nachdem wie alt du bist, ist das auch durchweg okay. Aber danach muss man ganz, ganz schnell aufwachen, weil die Zeit läuft und man muss halt etwas tun. Denn eine Rente vom Staat wird es nicht oder sehr eingeschränkt geben. Vielleicht ein bisschen, wenn du vorher was anderes als Unternehmertum betrieben hast. So, und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich es machen und was soll ich machen? Mein Lieblings-Fail, der in der Natur von Unternehmerinnen und Unternehmern liegt, ist, hey, brauche ich eigentlich mich gar nicht so viel darum zu kümmern? Ich werde erfolgreich und durch dieses Erfolgreichwerden kann ich das Unternehmen hinterher verkaufen. Ich kann große Entnahmen tätigen. Ich kann mir irgendwann vielleicht als Geschäftsführer, Geschäftsführer ein Gehalt zahlen, was so hoch ist. Dann kann ich immer noch sparen. Das ist ein visionärer Grundsatz. Das ist auch eine tolle Basis, weil ich glaube, ohne diesen Ehrgeiz kannst du gar nicht unternehmerisch tätig sein. Aber es ist ganz clever, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren, weil, jetzt möchte ich keinen deprimieren, aber weil die meisten Unternehmen werden nicht so mega erfolgreich, dass das funktioniert. Und wenn das jetzt Stand ist, dann solltest du vielleicht zumindest eine Basis an Vorsorge haben. Und über diese Basis sprechen wir jetzt mal. So, schauen wir uns mal die beiden typischsten Wege an. Das eine ist die Geschäftsführer und der Geschäftsführer, insbesondere Gesellschafter-Geschäftsführer und Geschäftsführer. Das heißt Menschen, die in einer Kapitalgesellschaft die Funktion, das Organ der Geschäftsführung wahrnehmen. Was ist an denen Besonderes? Das Besondere ist, dass die in aller Regel, wir unterstellen jetzt eine herrschende Gesellschafterfunktion, in aller Regel nicht sozialversicherungspflichtig sind. Das heißt, sie sind zwar unter steuerlichen Gesichtspunkten, werden sie behandelt wie Angestellte, du kriegst also auch so einen Gehaltszettel, aber sie werden sozialversicherungsrechtlich eben nicht so behandelt. Das heißt zum Beispiel, eine Arbeitslosenversicherung gibt es nicht und es gibt eben auch keine gesetzliche Rentenversicherung. Und wenn du jetzt die Option nicht gerade einschlagen willst, freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, das geht auch, dann musst du dich mit den Alternativen beschäftigen. Und ich stelle dir jetzt mal die drei aus meiner Sicht zentralsten vor und das in kurz und knapp. Typischste Geschäftsführerversorgung, wenn du einen Sockel, eine Sockelversorgung baust. Das heißt, wir reden nicht davon, hey, du wirst im Alter damit Riesensprünge machen, sondern du baust dir das auf, was dafür da ist, dass du im Alter klarkommst, selbst wenn der Riesenerfolg oder der Mega-Verkauf deiner Firma ausbleibt. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen die Unterstützungskasse. Was zeichnet die Unterstützungskasse aus? Ich mache es jetzt wirklich, weil da gibt es ganz spannende andere Videos zu. Ich mache es mal sehr kompakt. Du hast in der Regel einen laufenden Beitrag, den kannst du durchweg auch erhöhen, wenn du zum Beispiel irgendwann mehr sparen willst, mehr verdienen. Du kannst das Thema über das Unternehmen bezahlen und zwar, ich sage mal, im Rahmen der Angemessenheit so viel wie du magst umwandeln. Und die Unterstützungskasse liefert dir dann in der Regel, je nach Produktanbieter, drei mögliche Szenarien oder vier sogar mittlerweile, eine Rente oder ein Kapital, eine Teilrente mit Teilkapital, das heißt 30% Kapital und 70% Rente oder eine Ratenauszahlung. Das heißt, du kriegst zum Beispiel über sieben, acht, neun, zehn Jahre eine feste Rate ausgezahlt. Das ist eine Alternative zum Kapital, die steuerlich spannend sein kann. Und damit ist die Unterstützungskasse auch schon fast erschlagen. Anlegen tut sie in der Regel in eine Rückdenkungsversicherung. Das ist dann häufig heute ein eher investmentlastiges Produkt. Das kann auch ein konservativeres Produkt sein. Und dann ist der Case geschehen. Das ist nichts Hochspannendes, das ist nichts Hochspektakuläres. Das ist aber so im Rahmen Flexibilität, maximale Sparsumme und kontinuierliche, also dauerhafte Rentenleistungen zum Zeitpunkt X eigentlich das Produkt, was für dich am einfachsten ist. Keine Bilanzberührung, keine besonderen Specials, völlig unaufregend. Also eigentlich ein aus meiner Sicht charmanteres Pendant zur gesetzlichen Rente, weil du zumindest in etwa planen kannst, was da hinten mal rauskommt. Kommen wir zum zweiten Weg. Das ist so für die, ich sage mal, für die Gambler unter euch spannender, nämlich die Direktzusage oder Pensionszusage. Da kann ich eigentlich das Gleiche machen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Rentenzahlung, Teilauszahlung, Kapitalzahlung, Ratenzahlung, ich kann das alles bauen. Ich bin nicht unbedingt auf eine Versicherung angewiesen. Das heißt, ich kann auch mit Investments arbeiten. Ich kann theoretisch auch eine Immobilie oder sonst etwas einbinden, was einen Vermögenswert hat. Der schwierigere Teil ist, es ist schwieriger im Handling. Du brauchst einen Versicherungsmathematiker, der jedes Jahr einmal feststellt, hey, das ist da gerade an Wert und das ist eigentlich das, was an Verpflichtung da ist. Und du hast immer eine Bilanzberührung. Und zwar nicht nur eine Betriebsausgabe durch die Summe, die da reinfließt, sondern auch eine Berührung im Sinne von Achtung, das müsste da gerade sein, das darf da sein und das ist da real. Und das ist die Schuld und das ist das Haben. Und 100% Matchen tut das nie. Das heißt, es macht deine Bilanz mal im Mindestfall, auch bei intelligenter Gestaltung, komplexer. Kommen wir zum dritten und letzten Baustein, die Direktversicherung. Das ist häufig so ein Basic-Produkt, weil du das auch ganz, ganz früh in deiner Geschäftsführertätigkeit als Entgeltung schon machen könntest. Das heißt, du machst das aus deinem Gehalt, aus dem, was du für deinen Dienstvertrag an monatlichen Bezügen bekommst. Der Vorteil der Direktversicherung ist, das sind häufig die flexibelsten, einfachsten Produkte mit der höchsten Investmentlastigkeit. Die beiden größten Haken aus meiner Sicht sind. Es ist limitiert, steuerfrei, was für dich relevant wäre, bis auf ein Maximalinvestment von 604 Euro pro Monat. Was erstmal cool und viel klingt, aber nicht viel ist, wenn ich die gesetzliche Rente kompensieren soll. Und es erlaubt nach meinem Kennenstand, kein Produktergeber eine Ratenaussage. Das heißt, ich habe immer die Frage Kapital, Rente oder Teilkapital und Teilrente. Das nimmt ein Stück weit nach hinten raus, das Vergnügen raus. Weil wenn du zum Beispiel richtig erfolgreich warst, möchtest du vielleicht doch einfach sagen, komm, ganze Kohle raus, Steuer ist mir sogar egal. Ich möchte das Thema notlatt haben und dann ist die Direktversicherung auf jeden Fall nicht unbedingt der attraktivste Weg. Kommen wir zur zweiten Gruppe der Selbstständigen. Kommen wir zu den Inhabern. Also du bist nicht in einer Kapitalgesellschaft unterwegs und das führt in der Regel auch dazu, dass du eben keine Betriebsrente machen darfst. Und dann wird der Weg relativ schnell eng kanalisiert, nämlich auf eine Basisrente. Das ist auch das, was der Gesetzgeber an der Stelle vorsieht, als den Weg, den du steuerlich noch nutzen kannst. Also auch da kannst du große Teile der Beiträge steuerlich in Abzug bringen. Kannst relativ große Summen dort hineinsparen und dann hast du eben das typische Szenario, ja, das ist eine Sockelversorgung. Steuerlich durchweg attraktiv. Kannst du Themen machen wie eine Berufsunfähigkeit einbinden, also ähnlich wie in der Betriebsrente. Der einzige Haken aus meiner Sicht an der Basisrente, neben vielleicht dem Problem, du musst das richtige Produkt mit der richtigen Kostenstruktur, Investmentstrategie raussuchen. Du kannst die Basisrente nicht kapitalisieren, anders als die BAV. Das heißt, auf Gedeih und Verderb bist du angewiesen darauf, dass du diese Rente bekommst. Für meine Kernaussage schafft ihr einen Sockel überhaupt kein Problem. Für den Freigeist Unternehmerinnen und Unternehmer häufig dann eben doch ein Hindernis, wo man sagt, ja, ich hätte aber lieber Kapital. Und damit komme ich auch langsam zum Ende. Der entscheidende Faktor an der Stelle ist, bitte, das sind alles recht statische Produkte ohne wahnsinnig viel Fantasie, auch wenn man viel Gestaltungsfreiheit hat, gerade bei so etwas wie einer Direktzusage. Natürlich kommst du irgendwann an den Punkt, wo du vielleicht sagst, ja, der Erfolg stellt sich nicht so ein, dass ich Multimillionär durch mein Unternehmen werde, aber ich habe genug Einkünfte und ich möchte jetzt mehr und anders sparen. Ich habe auf statische Produkte keine Lust, weil sie mich auch unflexibel machen. Dann kommen natürlich Themen wie Investment sparen, ETF sparen, Vermögensverwaltung, vielleicht eine Kapitalanlage, also eine fremdvermietete oder mehrere fremdvermietete Immobilien hinzu, Edelmetalle hinzu. Das heißt, meine Strategie, und da sind wir auch schon beim Fazit, meine Strategie wird immer sein, Streue, setz nicht auf ein Pferd, weil du nie weißt, wie das eine Pferd, wie lang es lebt und wie schnell es rennt, sondern setz auf mehrere Pferde, dann gewinnst du, wenn du auf möglichst viele setzt, das Rennen auf jeden Fall am Ende. Und das Fazit ist, und das ist eigentlich meine Kernbotschaft an dich, schau bitte, dass du früh anfängst, dass du einen ernsthaften Sockel baust, bau dir über die Betriebsrente auch aus meiner Sicht nicht mehr als einen Sockel, das kann nur das Grundrauschen sein, das ist nicht das, womit du allein ins Alter gehst. Und wenn du das beherzigst und das solide aufbaust, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und zum Abschluss würde ich zumindest den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern unter euch noch ein Video empfehlen, nämlich die Gesellschaft der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerversorgung mit der BRV, weil dann hast du eigentlich genau das Video, was du brauchst, um zu wissen, hey, woran muss ich mich denn noch halten, das gibt dir eine gute Orientierung. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Ciao.